herzlich willkommen auf youtube zu unserer nächsten folge hier von der schönen galgenberg vierfach non food plus sage ich jetzt mal weil es gibt ja auch eine fluss variante davon mit mais plus und stepper die reihenfolge war keine fertigkeit leute wisst ihr was was gestern passiert ist wir hatten kassenprüfung und wisst ihr was tolles wenn die richtigen leute untereinander sich treffen egal was sie tun es kann spaß machen man kann spaß haben auch wenn man eigentlich eine ziemlich öde arbeit machen das hat mir das gestern wieder gezeigt stefan hatte gerade wahrscheinlich schon einen herzinfarkt der vielleicht nicht von der kassenprüfung erzählen ein natürlich nicht das geht kein was an aber alle diese tatsachen das ist was das gilt ja in so ziemlich allen lebensbereichen ich habe mir so eine komische anzeige hier oben im im stream manager von twitch da steht keine werbung vorm stream und erleuchten countdown mit achteinhalb minuten weiß was da gleich passiert also in drei vier fünf minuten blendet der jetzt dann wieder werbung ein zum mittel sagt er mir erblendet werbung ein und dann verschiebt er dieses keine werbung vor dem stream wieder mich würde mal interessieren ob tatsächlich keiner der neue reinschaltet werbung sieht weil eigentlich ist dieser timer nach dem ersten nach der ersten werbung die er angeblich gezeigt hat ich sage mit absicht ja angeblich gezeigt hat ist er ja eigentlich über eine werbung vom stream ich wünschte das wäre etwas durchsichtiger ich habe komische gerüchte gehört erzählt von den gerüchten also ich habe bei einem streamer bei dem anderen streamer habe ich gehört dass twitch wohl arge finanzielle probleme hätte da würden nur noch rote zahlen geschrieben dann hat ein zuschauer gefragt woher er diese informationen hatte das darf ich euch nicht sagen also ob der sich das aus den fingern gesorgt hat oder ob das richtige infos waren keine ahnung gut also die schönen dünge aufträge kommen klicken da fängt stefan jetzt damit an wieso wir haben doch noch eine dünge spritze also ja genau ich nehme jetzt die kleine spritze und so weil du kannst ja mit der kleinen spritze auch die kleinen felder ach das ist aber großzügig von dir wie macht man denn diese transport box noch mal auf ich habe sie noch nie benutzt ach da liegt ja da liegt ja schon wieder ein bisschen hakschnitzel drin ach das ding leer jetzt haben ja gott das sollte jetzt auch kein vorwurf sein ich habe sie ja jahrelang selber gespielt tausende und arbeit tausende von stunden also ich glaube ich habe insgesamt ls 19 das halbe jahr und dann über ein jahr ls 22 habe ich knapp 3000 spielstunden auf der marsch also ja naja das ist das fesselt einen das macht spaß kommt die muss ich richtig da reinsetzen ich muss ja 33 nebeneinander kriegen da hat kein auto dieses ding kann ja auch logisch überall einbauen obwohl jetzt ist nämlich wichtig dass die fußpedalen funktionieren ja jetzt kannst du nicht klicken klemmt schon wieder das bau damit nach das vorpaar wieder an deswegen kann ich nicht rückwärts fahren ach du hast das nicht als beruf gesehen dann ist ja gut weil ich wollte jetzt niemandem vorwerfen dass er hier die marsch spielt weil war auch für mich eben jahrelang das geilste überhaupt ist eine tolle karte ja ich hatte schon den 19 diese dieses dieses produktionssystem und so viel viel schön auf das meiste schön aufeinander abgestimmt da konnten sie da konnten sich so manche karten der scheibe von abschneiden und an einigen an stellen können sich heute noch so einige karten der scheibe davon abschneiden also für diejenigen die denken ich habe mir ein auto ich habe den autoload gebaut weil ich nichts kann am arsch da muss ich jetzt mal foto machen ja für die folge doch jetzt viel zu groß und haben aber egal also das hat nicht ganz so gut geklappt ja als das haben sie bei links auch immer so gemacht in der glasfabrik natürlich ist es mal wieder was ich nicht was ich nicht mit einer der joystick achsen steuern kann muss jetzt tatsächlich hier das ding mit der maus steuerung zu klappen ach wo wir gerade hier sind ne tanken wir mal schnell damit noch ein bisschen mehr geld weg ist wir müssen jetzt eigentlich mal die ökonomie in der karte editieren und den spritpreis mit teurer machen ich weiß nicht was du was kosten der sprint aktuell der politiker keine ahnung ich habe gerade 3 302 euro bezahlt zum voll tanken der war ja nicht mehr da war es diesel kostet hier 1 euro 25 liter da sind die subventionen schon mit eingebracht eingerechnet der agrar diesel da muss man jetzt überall 21 cent aufrechnen ich bin dafür dass ein paar felder kaufen und raps anbauen und dann machen wir unseren eigenen sprit könnte sich da jetzt richtig lohnen willst du das eigentlich wozu ich verweigere ja auch aus umweltschutz gründen das tanken von ec weil das mein auto nicht weil damit das fahren mit meinem auto nicht umweltfreundlicher wird ich habe keine ahnung ich fahre diesel also der der gedanke dahinter ist ja eigentlich man nicht zehn prozent biodiesel drunter biodiesel unter unter sprit ja nicht naja also bio kraftstoff unter normalen kraftstoff das ist dann quasi ja zehn prozent weniger öl das verbraucht wird theoretisch ja und drauf die dann auch noch mehr reichweite also zum einen bezahlt verbraucht mein auto mehr mit ec also an der anderen also ich spare ja beim einkaufen ich glaube es ist gerade drei oder vier cent weniger wenn ich ec nehme ich habe dann allerdings in meinen meinen testfahrten rund zehn prozent mehr verbrauch und wenn ich dann mal denn mal runter rechne wie viel öl ich denn verfahren habe dann habe ich unterm strich auch noch mehr öl verfahren so und ich spare sechs prozent beim ich glaube es waren sechs prozent als das letzte mal durchgerechnet habe sechs prozent spare ich an pro liter dadurch dass ich aber zehn prozent mehr verbrauch habe ne drei ne ich habe fünf prozent mehr verbrauch und drei aber es ist nur drei prozent billiger also ich zahle auch noch drauf und bin noch schlechter für die umwelt das ist jetzt allerdings keine pauschalaussage sondern das gilt jetzt für mein auto mit mein auto mit meinem mit meinem mit dem motor den ich da drin habe und das kann man natürlich jetzt nicht pauschal auf alles setzen guter zum beispiel tankt die ganze zeit e 10 nicht nur nicht nur dazu drei prozent billiger ist da hat auch noch gespart so sagt sie schreibt die verbräuche auch sondern wieder wie weit ist sie mit 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 dem tank gekommen und sagt sie kommt sogar noch 30 kilometer weiter mit einer tankfüllung aber habt ihr nicht mal abgesehen von der farbe das gleiche auto nein ich habe 10 ps mehr wie sie das heißt wir haben unterschiedliche motoren typen drin ich dachte das wären die gleichen prinzipiell ist beides kursa richtig beides dekursa jetzt fahre ich gerade so schön durch die gegend weiß gar nicht wo ich hinfahre vielleicht fragen wir mal die zuschauer was wollt ihr denn das war jetzt machen oder was soll ich denn jetzt machen ich könnte holz machen ich könnte unsere eigenen felder spritzen glaube ich könnte so auch du könntest natürlich auch einfach erst mal geld verdienen ich könnte missionen machen ich könnte natürlich mal ein paar spritz missionen machen das sind wieder flügen missionen das ist noch fliegen missionen da ihr stück ich habe mich gesehen okay ich gehe mir mal die spritze holen wir gehen was spritzen ich habe mir ja extra den fronttag jetzt geholt aber noch ausprobiert steht gefüllt am hoch wenn du nicht mehr gemacht hast ich habe ihn gar nicht gesehen also nicht wahrgenommen ich habe ja auch intelligenterweise hinter den spritzdingen gestellt weil ich wollte deine ordnung nicht durcheinander bringen das ist aber auch ein fuchs andere würde jetzt sagen ich möchte die von dir verheimlichen aber nein so war das nicht gemeint geben wir ein bisschen geld verdienen nachdem ich so viel geld ausgegeben habe für den mix transporter ja finde ich gut moin stefan stimmt bei kobecker es ist aber es ist dann wohl nicht eigentlich auch das was rauskommt wenn man schnaps brennt oder war das methanol methanol ist das was nicht rauskommen soll wenn man schnaps brennt ja da war da nicht was von ist der trinkbaren alkohol der genießbar kommt darauf an worauf man gemacht ist aber anzünden wenn er blau brennt nicht wenn er grün brennt nicht trinken war da nicht irgendwas im chemieunterricht war das so lange her als ich ja die zeit vergeht stefan hat eine frage nein haben wir nicht weil ich habe gehört die funktionieren nicht außerdem habe ich auch da habe ich auch der bergmann genug trauben gemacht ich habe erstmal schnauze voll von beiden trauben und stefan ja ich muss das auch nicht haben geschEE ait so startklar gehen wir spritzen auf feld 25 mal gucken wie das moment erst müssen wir hier die details einschalten dann können wir nämlich auf der karte sehen wieder springt hier ist 25 ach so spritzen und düngen sieht immer gleich aus weiß ich nicht das gleiche symbol glaube ich mit 97 anfangen können wir stefan in der ferne begutachten bist du da bist bin ich fertig da muss ich mich halt ja ich habe heute im giants forum gelesen es gibt einen gravierenden ein gravierendes problem mit dem mit dem update von letzter woche mit diesem mini patch war mir gar nicht aufgefallen was war denn das problem wie das problem hat wohl zu tun mit den reifen und ich sehe das jetzt wenn es jetzt nur sehen weil ich genau wie gucke das würde anhalten hier nämlich so ab circa 30 stunden kilometer werden die reifen nicht mehr schneller das heißt wenn ich jetzt 60 fahre dann drehen sich die reifen langsamer als die straßen vorbeifliegt ich weiß jetzt nicht ob das stream gut sehen kann ja schon wenn man weiß worauf man achten muss schon naja also hätte ich das da nicht gelesen jetzt auch nicht drauf gehabt aber liebe zuschauer was meint ihr denn zu diesem problem was da gerade so aufgebaut wird also ein giants mitarbeiter hat geantwortet dass sie das gemacht haben weil bei höheren geschwindigkeiten dadurch dass die frame raten nicht so hoch sind sind so artefakte entstanden beim beim fahren das heißt dann schon mal so ein nippel raushängen oder sowas oder sowas oder den entgegen zu wirken haben sie das jetzt limitiert also gut wenn ich die ganze zeit so fahren würde dann wird mir da wird schlecht von wenn sich der wenn der untergrund schneller vorbeizieht als ich dir als als ich die felgen drehen aber ist das ein problem also für mich als spieler der im regelfall so spielt schon mal gar nicht denn ich mag die innen als ich immer noch am meisten naja aber das war es schon wieder auf youtube wir sehen uns hier wieder wenn wenn es was wichtiges zu erzählen gibt vom stream dann sind wir wieder da vielen dank fürs reinschalten bis zum nächsten mal und tschüss